Weihnachtsmänner lieben Kälte. Schließlich leben sie am Nordpol. Diese Exemplare sind zwar aus Ungarn, aber Kälte macht auch ihnen scheinbar gar nichts aus. Denn gleich hunderte Weihnachtsmänner und Frauen rannten am Sonntag bei Temperaturen um die 5 Grad Celsius, spärlich bekleidet durch die Straßen Budapests. Die seltsame Aktion dient einem gemeinnützigen Zweck. Denn bei dem Spendenlauf, der über 4 Kilometer geht, wird Geld für Kinder in Not gesammelt und dafür frieren die Santas gerne. Es war nicht kalt, das war wirklich ein Erlebnis. Beim Spendenlauf mitmachen kann übrigens jeder. Und so ist die Zahl der Weihnachtsmänner und Frauen, die jedes Jahr halbnackt durch die Budapester Innenstadt laufen, seit 2004 ständig gestiegen.